Hallo ihr Lieben, sicher hat sich der eine oder andere mal beim steten Werben für die Einführung der Losdemokratie schon gedacht, ah mein Gott, eine weitere Weltverbesserungsidee, was soll's, wird genauso scheitern wie alle vorher oder ist genauso utopisch wie alles andere. Wenn ihr da seid, habe ich einen freundlichen Hinweis, was vielleicht an dieser Idee wirklich kategorisch anders ist als allen anderen Weltverbesserungsideen. Und im Moment bin ich von dem Wahnsinn besessen, ich könnte das vielleicht gut auf den Punkt bringen oder nachvollziehbar, deswegen mache ich dieses Video. Also, alle andere Vorschläge, die es so gibt, wie man die Gesellschaft besser machen kann, sehen von der Form her nämlich folgendermaßen aus. Da ist eine kleine Gruppe von Menschen und manchmal auch nur ein Mensch, der glaubt, er wüsste, was für all die anderen Menschen gut ist. So sehen eigentlich alle Welt- oder Gesellschaftsverbesserungsideen aus. Da ist eine kleine Gruppe von Menschen und die hat den Eindruck, das und das und das wäre doch für alle gut. Jetzt wissen wir meistens aus unserem Privatleben, aus unserem Nahumfeld, wie dieses für andere Wissen, was für sie gut ist, ich sag mal vorsichtig, wie kompliziert oder wie komplex oder wie problematisch das ist. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass manchmal es so ist, dass in einer Partnerschaft oder das zwischen Eltern und Kindern, und zwar in beide Richtungen, es so ist, dass wir manchmal punktuell, was eine bestimmte Sache angeht, wirklich manchmal besser wissen, was für jemand anderen gut ist, als dieser Mensch es im Moment gerade selber weiß. Das bringt das Zusammenleben, das enge Zusammenleben so mit sich. Aber das ist eben auch, worauf das beruht, das enge Zusammenleben. Und das haben wir ja mit allen anderen Menschen in der Gesellschaft nicht. Also das, was wir im privatesten, engsten Kreis haben, dass wir manchmal einfach Menschen sehr, sehr gut kennen und schon sehr viel mit ihnen erlebt haben und auch ihre Muster kennen. Und dann manchmal, du steckst nicht in der Haut des anderen, aber das ist manchmal auch vorteilhaft, weil du so ein bisschen Abstand hast. Und dann siehst du manchmal Dinge klarer. Trotzdem, und vielleicht gerade beim Fall Eltern-Kind, wissen wir ja, wie problematisch das ist. So gut wie alle Eltern glauben zu wissen, was für ihr Kind gut ist oder hoffen es zu wissen oder wie auch immer. Und es gibt immer, wenn Eltern das nicht im Griff haben, eine Phase, wo Kinder anfangen, sich dagegen zu wehren. Und zwar aus gutem Grund. Und nicht nur, natürlich auch aus Autonomiebedürfnis, aber nicht nur aus Autonomiebedürfnis. Es ist nicht reine Opposition, sondern häufig sind unsere gut gemeinten Elternwünsche ja wirklich so, dass wir nicht alles im Blick haben. Wir sehen Aspekte unserer Kinder, aber halt nicht das ganze Kind. Und das Kind ist aber mit, da es es selbst ist, mit sich im Ganzen in Kontakt idealerweise. Und merkt dann, dass bestimmte Dinge, die wir für es wollen, für es selber gar nicht gut ist. Und uns selber, als wir noch jünger waren, ist es ja auch nicht anders gegangen. Also was ich sagen will, es ist komplex, aber die Form, eine Gruppe von Menschen weiß, was für andere Menschen gut ist, existiert vielleicht gar nicht. Im privatesten Zusammenleben punktuell kann das mal der Fall sein und dann wird es aber sofort sehr kompliziert. Also wenn zum Beispiel, du bist in einer Partnerschaft und du weißt gerade wirklich besser, was für deinen Mann gut ist, als er selbst in diesem Moment, das wird kompliziert werden. Oder umgekehrt. Oder wenn dein Kind irgendeinen Wunsch hat und das ist jetzt im Jugendalter und du weißt aber besser als das Kind, was für das Kind gut ist. Das wird eine spannende Kiste, das wissen wir alle. Das lebt aber alles von Nähe und regelmäßigem intensiven Kontakt, wie wir in der Zeit als Gesellschaft ja eben gerade nicht zueinander haben. Und deswegen kann keine Gruppe in der Gesellschaft für alle anderen wissen, was für sie gut ist. So treten aber zum Beispiel, weil sie es müssen, unsere Politiker auf. Und das ist nicht der Fehler der Politiker, das ist ein Fehler eines Systems, das die Politiker dazu zwingt, so aufzutreten. Ich weiß Bescheid, ich habe einen Plan, wir haben ein Programm, wir wissen, was für alle gut ist. Das System verpflichtet Politiker, diese Rolle zu spielen. Es ist aber eine scheiß Rolle. Niemand von uns kann das wissen. Also jeder, der bei Sinnen ist, wird nicht Politiker. Entschuldigung. Weil er dann spielen müsste, er wüsste, was für alle gut ist. Und wer könnte das heute wissen? Niemand. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle extrem begrenzt, haben nur extrem begrenzten Einblick in extrem begrenzte Bereiche der Gesellschaft und kennen auch eben nur extrem begrenzt viele Menschen und meistens halt nur bestimmte Menschen. Und viele, viele andere Menschengruppen sind uns, wenn wir ehrlich sind, unbekannt. Was ist jetzt der Witz an der Losdemokratie? Die Losdemokratie ist eine Idee, die sagt, die das anerkennt, die sagt, wir können nicht Weltverbesserung oder Gesellschaftsverbesserung machen ohne diese Menschen selbst. Das ist der Witz. Die Losdemokratie ist die Idee, die Menschen a. alle selbst an die Macht zu bringen, sodass niemand für sie sprechen muss, aber sie auch gleichzeitig ins Gespräch miteinander zu verbringen. Das heißt, in die Nähe, das ist natürlich übertrieben ausgedrückt, die wir im Privaten manchmal schon haben. Ja, auch nicht immer. Es gibt ja auch schreckliches Privatleben. Da ist man sich gar nicht nahe, obwohl man sich nahe ist. Das ist natürlich nicht angestrebt. Aber das Ziel der Losdemokratie ist eine Gesellschaft, in der a. jeder Macht hat und für sich selber spricht. Be your own share person, sprich für dich selbst oder wie die Griechen es genannt haben, Isegorie. Und gleichzeitig bringt es die Gesellschaft in unmittelbare Nähe, in unmittelbaren Kontakt. Das bringt die Gesellschaft zusammen und zwar ganz buchstäblich, ganz wörtlich. Ja, es bringt die Gesellschaft zusammen. Wenn wir losen, kommt die Gesellschaft zusammen. Wenn wir sehr viel losen, kommt die Gesellschaft sehr viel zusammen. Und die Idee der Losdemokratie ist eben eigentlich nicht, dass so ein spinnterter Typ, wie ich, in seiner persönlichen Hybris glaubt, zu wissen, was für alle gut ist, sondern die Idee der Losdemokratie ist eigentlich das genaue Gegenteil. Es ist eine Konsequenz aus dem Wissen, dass das keiner von uns wissen kann. Ich nicht, du nicht und auch, was weiß ich, Markus Söder nicht. Keiner weiß, was für uns alle gut ist, weil das heute niemand wissen kann. Und die Losdemokratie ist sozusagen die systemische Konsequenz aus dieser Einsicht, dass keine kleine Gruppe von Menschen, egal welche, heute noch wissen kann, was für alle gut ist und das dann realisiert für alle. Dieses Spiel, was wir da mit uns spielen, über Parteien, ist einfach ein ungutes Spiel. Wie gesagt, dieses ganze Spiel, das wir spielen, zwingt Politiker, so zu tun, als müssten sie Bescheid. Und natürlich wehren sich dann alle und sagen, nein, du hast ja keine Ahnung von meinen Lebensverhältnissen, von meiner Lebenswirklichkeit, von meiner Situation und meinen Wünschen. Ja, und zwar zu Recht. Trotzdem zwingt das System die Politiker, das zu spielen, weil wenn sie es gar nicht spielen, werden sie auch nicht gewählt. Politiker, der sich hinstellt und sagt, ich habe keine Ahnung von Tuten und Blasen, ich habe keinen Plan, ich kann das auch gar nicht haben, wer wählt den? Niemand. Die Losdemokratie ist die Konsequenz daraus. Sie bringt alle Menschen selbst in die Politik und sie bringt die Menschen zusammen. Und deswegen besteht sie eben gerade anders als alle anderen Gesellschaftsverbesserungsideen nicht darin, dass eine Gruppe von Menschen zu wissen glaubt, was für alle gut ist, sondern im Gegenteil, sie besteht in der Anerkennung, dass es keine Gruppe wissen kann. Das ist der Witz an der Losdemokratie. Und deswegen ist sie anders als alle anderen Weltverbesserungen, Gesellschaftsverbesserungsideen. Sie erkennt das anders, dass es nicht geht. Wir können nicht die Welt verbessern ohne die Menschen selbst. Und das, was die Losdemokratie leistet, es bringt die Menschen selbst an die Macht. Und eben auch zusammen. Es bringt uns sozusagen gemeinsam an die Macht. Nicht dich, nicht mich, nicht diese oder jene. Alle. Alle gleichzeitig. Die Idee der Demokratie ist die gleichzeitige Ermächtigung aller. Gleichzeitig und aller. Das ist wichtig. Es darf niemand ausgeschlossen sein und es darf auch nicht so sein, dass mal der, mal der, sondern wir müssen alle an der Macht sein, kontinuierlich. Das ist die Idee. Und sie ist, wie ich behaupten möchte, anders als alle anderen Gesellschaftsverbesserungsideen, wenn man sie so betrachtet, wie ich das hier versucht habe anzudeuten. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich habe Zweifel. Wie immer. Wie so oft. Ceterum censio. Isonomia am esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.